Wieso tragen viele blinde Menschen eine Sonnenbrille? Ich erkläre es euch. Nicht jeder blinde Mensch ist vollkommen blind und dementsprechend muss man seine Augen schützen. Ich sehe ja noch 2% und habe jetzt zwei Brillen ausgeliehen vom Optiker. Das hat so eine Grüntönung, wirkt ein bisschen so wie im Weltuntergang, oder? Und dementsprechend war das nicht so angenehm für meine Augen. Das hier ist orange, das ist aber zu grell, das heißt, das blendet meine Augen. Eine Sonnenbrille soll ja nicht blenden. Das hier sind meine eigenen Brillen, die ich euch jetzt zeige. Die haben so eine Brauntönung und die finde ich für meine Augen ganz, ganz angenehm. Das bedeutet also, dass nicht jeder blinde Mensch vollkommen blind ist und dementsprechend möchte man natürlich sein Restsehvermögen schützen, indem man die passende Sonnenbrille hat. Also urteile nicht zu früh, sondern frag nach und folg mir!